hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge borderlands 2 wir sind immer noch auf der suche beziehungsweise haben wir versucht rollen zu retten aber es hat nur nicht ganz geklappt egal probieren was einfach noch mal oder rennen ihm erstmal hinterher versuchen ihn zu retten er muss doch irgendwie das muss doch irgendwie gehen und da oh mein gott ja reparatur du brauchst gar keine reparatur mehr ich habe keine ahnung was er hier schickt alter Oh, weg hier Alter Schwede, das wird ganz schön kritisch hier Mit den Granaten geht das eigentlich relativ fix hier Hoffentlich finde ich genug Wo muss ich denn hier lang jetzt? Ach dadurch Ah ja, lauf du mal So, nochmal schnell ein bisschen auf Waffenwechsel gehen Für die hier hätte ich mal gerne eine andere Entweder die Oder wir hatten auch noch eine Aber die ist schlechter Oh ja 20 Mäuse Friss das Oh, da steht auch noch einer Und Schuss So, wo geht's weiter? Da hinten, nirgendwo So So Und ich glaube, wir haben eben Munition für die Bazooka gekriegt Dann werde ich die auch mal schnell ausrüsten Nein, ich fall runter Verdammte Kacke, ey Tja, das war nicht mit Absicht Wo geht's denn jetzt lang? Ah, okay Können wir noch ein bisschen die Muni mitsammeln Unterwegs So, Granaten haben wir voll Das finde ich sehr gut Die benutze ich im Moment mit am liebsten So, und dann machen wir uns auf dem Weg Zurück Ich hoffe, die Feinde sind jetzt nicht alle wieder da hier Ich glaube nicht Wie schön die Textur immer nachlädt, ne? Naja, schön ist das nicht, ne? So, da lang Hier können wir noch ein bisschen Kohle einsacken Davon haben wir auch genug Muni Halt, stop, wir müssen da lang Was ist jetzt hier einer gelandet? Ich dachte schon Hä? Da lang So, da lang Okay. Sanitäter für ein Roboter Ah, der wirft doch echt eine Granate, der Penner Die Musik ist einfach nur voll geil Und die Waffe ist einfach nur zu geil dazu Hallo Aua Scheiß Roboter Ja, du hast kritischen Schaden in der Birne Oh, 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 oh Aua, 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 aua Resistent gegen Feuer, scheiße Gucken, ob ich ihn damit erwische Einmal, ja So, und jetzt suchen wir uns schnell noch dafür eine neue Waffe aus Äh Nein, dafür Ah, für die haben wir viel Munition Also nehme ich auch die Alter, der trifft doch von überall mit den Dingern Oh, scheiße Ich vergesse, dass diese Granaten nicht überall hinfliegen Verdammt Hier frisst das Alter Schwede So, der hat ordentlich was da gelassen Die nehme ich mit und rüste sie auch gleich aus Sehr gut Oh ja, die ist sehr gut dafür Naja, für die nicht so Bleib liegen Ach, das Der heilt die Penner So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir haben es doch jetzt gleich geschafft fast schon, oder? Ja Wo ist denn da noch einer? Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Du kriegst keinen Sanitäter Was ist mit dem hier? Ach der steht einfach so hier rum So Das müsste nochmal weniger werden hier Alter, Gemetze, Gemetze, Gemetze Alter, der wirft aber gut Granaten, ey Und dann kommen auch schon die nächsten Ich brauche einen Muni So, den haben wir Da kommen aber noch mehr Ja Super, noch zwei Schuss, ey. Okay, da fliegt zwar eine Granate gerade, aber ich muss mal ein bisschen wechseln hier. Die hat 63. Ah, nehmen wir die hier. Ach ne, gar nicht wahr. Gut. Und dafür können wir mal die hier nehmen. So, haben wir sie jetzt langsam mal alle? Ich bräuchte noch vielleicht ein bisschen Muni. Raketenwerfer, sehr schön. Alles. So. Von hier können wir sogar schnell reisen. Aber das geht noch nicht. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal noch andere Sorgen. Äh, wen? Alter. Alter, das wird ganz schön happig, glaube ich. Ich feuer ja schon, was will er denn? So, der ist weg. Wie gemein. Boah, wie fies, ey. Alter, das war mein Schild. Alter, wie mies Boah, wie gemein Ja, 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 ich mach ja schon Hallo, Junge, was glaubst, was ich hier versuche, ey Ja, und er respawn gleich neue Mit Schild, ja klar Boah, ich muss hier einmal gerade weg Scheiße, scheiße, scheiße Ist nicht wahr, Kollege Ich höre Toll, ist gut Achtung, übler, loader Du musst deine Schilde reaktivieren Ich muss hier gar nichts, Mann Ich muss mich gerade hier voll konzentrieren Dass ich nicht verrecke Aha Das ist doch mal ein geiler Granatenkit Oh So, wo müssen wir denn jetzt hin Ach, hier zum Schnellreisepunkt Dann mach ich das mal Und wir reisen Dorthin Ja, haben wir doch eigentlich ganz gut gemeistert, oder? Aber ich dachte, wir können ihn befreien gleich So Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen Wir sehen uns in der nächsten Folge Euer Miggi Macht's gut Ciao Ciao Ciao.